Nubuntu ist eine Akapella-Gruppe aus Bulawayo, Zimbabwe. Die Sängerinnen kennen sich seit ihrer Kindheit, sind gemeinsam aufgewachsen und singen seit jeher zusammen. Im Vergleich zu anderen Musikgruppen reisen die fünf Damen von Nubuntu mit leichtem Gepäck. Zumindest was das Instrumentarium betrifft. Außer einigen kleinen Berkaschen-Instrumenten brauchten sie nicht viel, um das Publikum im ausverkauften Saal des Kunst- und Kulturhauses Oeblan zu begeistern. Stimmgewaltig könnte man es nennen oder pure Lebensfreude. Wären da nicht die Texte der Lieder, die Bandliederin Heather Tube dem Publikum übersetzt und erklärt. Vielen Dank. Es ist so eine Ehre für uns, hier zu sein. Und ich sage dir was, Sie sind unsere beste Publikum, seitdem wir gekommen sind. Und wir sind so glücklich. Die Lieder erzählen oft von tragischen Geschichten. Etwa von einer Frau, die verheiratet wurde, von ihrem Mann schlecht behandelt wird und deshalb verzweifelt nach ihrer Mutter ruft. Oder von der Fremdenfeindlichkeit in ihrem Land und daraus resultierenden Übergriffen, gegen die Nubuntu ansingen und zum Frieden aufrufen. Aber auch Hoffnungsvolleres ist dabei. Wie zum Beispiel ein Lobgesang an Nelson Mandela. Und trotz oder vielleicht auch wegen der Schwermütigkeit der Texte, singen und tanzen die fünf Damen von Nubuntu, akrobatisch und voll von positiver Ausdruckskraft. Das heißt, ich freue mich drauf und mach dich für Planend, sondern die ein Bent. Thank you so much. Are you guys having fun? Do you want us to sing the whole night? I'm just joking. Our next song is called the Mbira Music. This instrument is called Mbira. Can you please show them inside? Yes, it's called Mbira. I've been searching, searching in my life Looking for something to fulfill my soul Mbira Music gives me so much joy Keeps me dancing, keeps me happy Keeps me smiling, keeps me keeping on Keep on playing with our music Not anywhere Not anywhere Not anywhere Getuldig wird versucht, dem Publikum ungewöhnliche Klatschrhythmen beizubringen, Was von den in unseren Gefilden eher auf zwei und drei Viertel Dack getrimmten Gehirnen einiges an Konzentration verlangt Der Begeisterung tat dies keinen Abbruch und unter lautem Beifall wurden den Sängerinnen mehrere Zugaben abgefordert. Es ist mehr als Folklore, es ist eine grundlegende positive, von Melodien und Rhythmen getragene Lebenseinstellung voller Zuversicht, an der uns Nobuntu an diesem Abend im Kulöblan teilhaben ließ. Bleibt zu hoffen, dass die Wirkung dieses Konzertabends beim Publikum lange anhält. Schönezzer, 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 Schönezzer Vielen Dank für's Zuschauen!